Filmt gell? Ja Also Bis gleich Viel Spaß Okay Na Suchen wir noch neue Pakete Was noch mal? Ich suche nach diesen Energiewägen Ich muss nicht nachdenken Dankeschön Hast du deine Munition mitgebracht? Ja Tschüss bis später Ja Bier 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 Danke schön! Und nochmal bevor wir hier in Emotionen ausschmelgen, setzt euch nochmal auf eure Plätze, in der Mitte. Unsere Gäste und Außen werden wir einfach eine Interviewfragen stellen und zurück in der Geschichte der Bia Zone zu schwelgen. Legen wir mal los mit Heidi. Heidi, wie hast du deine erste Bia Zone empfunden? Wie war das so? Also die erste, das war ja die drei und somit die letzte in Weißen. Das war mein zweites eigenes Kommando auf einer S-Op nach Malwinkel. Ich wusste nicht, was auf mich zukam, aber die OP war schon toll. Und ich erinnere mich, dass deine ersten Worte samstags morgens waren, eine Bia Zone über Regen, es hat morgens auch geregnet. Das konnten wir hier zum Glück ja größtenteils ändern, aber die erste Bia Zone war schon Wahnsinn. Und ich bin sehr froh, dass ich noch immer einen guten Draht zu meinem Gegner, der Kollege hier mit der falsch war eine Schwimmkappe neben mir, habe. Und nö, also ich bin, du siehst, ich bin immer noch da. Das ist jetzt meine achte, habe ich eben durchgezählt und mögen dir noch viele schöne Folgen. Auf jeden Fall, vielen Dank. Heidi ist für unsere gesamte Bühnentechnik hier verantwortlich. Vielen Dank dafür. Ein großer Applaus. Dann kommen wir nun zu Big Leg. Für dich habe ich auch noch eine Frage. Natürlich. Als ich erst mal frei auf Brauer warst, wie kam es dazu, dass überhaupt der Brauerkommandant wurde? Ich meine, es scheint es am falschen Ort zu sein, am falschen Zeitpunkt. Da wurde gezeigt. Willst du Brauer machen? Nicht mal. Willst du, willst du es? Hey, im Ernst, wie kam es dazu? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das war eine sehr gute Antwort. Also, es war damals so, unseres Team wollte auf eine große OP. Damals wir so ein Zwo. Das war Wahnsinn. Da hieß es, da sind, glaube ich, 200, 300 Leute. Das war damals zu diesem Zeitpunkt eine große OP. Da habe ich gesagt, ach komm, führst du mal an, fragst du Papa, wer? Und der hat damals Ja gesagt. Wunderbar. Und es war schön, dass du all die Jahre durchgehalten hast und mitgemacht hast. Und die Brauer auch zu ziemlich vielen Siegen geführt hast. Uh! Ja, vier. Ja, Heidi. Seit vielen Jahren bist du jetzt in der Orga tätig und nicht mehr als Kommandant. Vermisst du das Kommandieren? Oder hast du einen guten Ersatz gefunden? Ich habe erstens einen hervorragenden Satz gefunden und habe absichtlich vorher die Biodibini zum Sieg geführt. Da wird Kretschi das als erstes machen konnte. War so alles geplant, um die Kollegen hier in Sicherheit zu wiegen. Äh... Nö, aber ich, äh... Wann? Ja, ja, ich... Alles gut. Ne, ähm... Aber ich... Ja, ne, eigentlich nicht. Also ich bin froh, wie es ist und ich denke, dass die Biersund sich in der Form weiterentwickelt hat, dass die beiden Kommandanten, die es jetzt sind, nämlich Kretschi und Kelzo, das Event jetzt auch zu dem machen, was es ist. Und ich meine, du siehst, was hier aufgelaufen ist. Respekt an alle. Gebt euch einmal einen riesen Applaus. Weil auch liebe und brauer Gegeneinander, aber das ist hier ein Bild von hier oben. Das ist Wahnsinn. Und das sind zwei Leute vorne an der Front, die das gerade echt dann so prägen. Auch die Arbeit, die dahinter steckt. Ich meine, wir haben uns auch Arbeit gemacht, aber das ist nicht im Vergleich zu dem, was hier heutzutage läuft. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich mich um meine kleine Bühne kümmern darf. Und der Rest nach mir die Sintflut. Ist einfacher. So, kommen wir nun zu einer Frage. Die Sisser in Beuthensportieren habe ich beide gerichtet. Nämlich die obligatorische, was ist denn die geilste Fraktion der Bier-Sohn? Und hier könnte ich jetzt gerne nur für mich gewünscht streiten. Elite! Elite! Bier! Hormus! Bier! Hormus! Bier! Hormus! Ich... Bierbrauer! Wir machen! So, ich bin ja eher der Diplomat. Heuer! 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 We machen! Bitter defend! Okay. Da ich mich ja mittlerweile eher als Faktionslos ansehe und auf der Kollege hier rechts... Heuer! 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 Bill Pal! Das der Kollege hier neben mir ja auch offensichtlich scheinbar zur Störtruppe montiert ist, ist für mich die geilste Fraktion mittlerweile, weil ich mit denen einfach auch viel mache, ist die Elite-Einheit und die Stars und so. Hier ist er, hey! Nein, das ist nichts gegen euch, ihr seid ja auch alle tollen. Weiß ich nicht. Nein, klar oder eben unklares Statement, aber man wickelt sich ja weiter, aber kommen wir dazu, ich meine, wir haben jetzt euch Fragen gestellt und Thomas wurde revisiert, aber er muss eigentlich auch eine Frage verdient haben, weil er ist genau so lange dabei, sogar länger als alle anderen ausländischen. Ja, ich wollte schon ein bisschen schlafen, der ist schnell, ich gehe nachher dann, weil ich das will. Und was viele Brennen interessiert, wahrscheinlich auch alle Mitschleider mit dir und aus der Orga ist ja, wie kamst du überhaupt darauf? Ich muss noch ein paar Sachen machen. Ich bin ein Mann nicht nachgetrunken gegen Rebellen, sondern, ja, Bierbrauer, Kiebel, saßt in der Kneipe und dachtest du, ich mache jetzt mal ein Event mit Sucht. Ich kann so gesagt, du bist hier zu lassen. Ich weiß nicht, das war ein Job. Das wäre jetzt deutlich knapper, wenn ich das so sagen könnte. Es ist tatsächlich, es ist wirklich interessant, es ist etwas ausschweifend, ich versuche es kurz zu halten. Wir hatten den Schneeberg, ein Gelände, was ihr ehemals zur Bundeswehr gehörte. Wir waren auf Bundeswehr, dann sind die rausgegangen, wir durften da immer drauf spielen. Und wir kamen irgendwann hin, wir wollten selber eine OP organisieren und brauchten ein Gelände dafür. So, jetzt musst du dann natürlich bei der Verwaltung da anfragen, dann sind wir da hingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen hier halt so eine Veranstaltung machen. Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? So, jetzt ist das Ding so. Okay, und worum geht denn das da? Also ein bisschen was später. Ja, also es sind halt NATO, also da gibt es NATO-Truppen und dann gibt es auf der anderen Seite Rebellen und die kämpfen halt so um Geschützpunkte und um ein bisschen Bomben entschärfen. Und spätestens da fällt die Kinnlade jedes Verwaltungsbeamten in Deutschland nach unten. Und der fragt sich, was sind das hier? Und dem ist auch die Kinnlade-Runde gekommen. Er hat aber eine sehr interessante Frage gestellt. Zum Ende zur Biersordnung. Ah, vernei ich mich. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Komm, wir müssen.